Das DMS-Cop können wir eigentlich auch mitnehmen. Das können wir auch überhaupt... MX-3-Granaten-Lancher, brauchen wir nicht, ne? Das ist alles wegschmeißen, ne? Das ist alles wegschmeißen, ne? SVD-Camo, ist die nicht auch gut? Nein, ist auch kacke, man kann's alles kaufen. Okay. Dann haben wir das, ne? Mhm. Ich glaube, das könnten wir noch gucken. Na, ich hab alle abgemacht schon. Oder fast alle. Bei allen guten. Kannst du den nicht öffnen, die Waffen da drin? Mit Doppelklick? Wenn die im Auto sind, musst du rausnehmen, oder? Wahrscheinlich. Geht das nicht. So, du vertickst das Auto? Äh, geäfft, cancer, disconnected. Ähm, wir gehen jetzt alle. Ich gehe gleich weg, ne? Die Mine, die Mine können wir nicht wieder aufheben, ne? Ne, muss da irgendwie so ein Tool für, so ein Engineering-Tool. Soweit ich's weiß. Lass mich mal vorfahren, bitte. Falls ne Mine kommt, alter, dann ist das Schrott-Auto hier am Arsch. Und fahr nicht zu dich auf. Lasst euch mal vorfahren, wenn ihr das überrascht seht oder nicht rauslebt. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das überrascht seht, dass ihr es schon wieder aufheben. Nämmer. Wir schauen. Bzwitrippe? Bis zum nächsten Mal. Ziemlich, wenn ihr das überrascht euch- Das ist ein GF-Cancer-Team, Alter. Haben wir die getiltet. Haben wir die ja gefickt. So richtig, Alter. Wir haben die schon einmal. Wir haben die mehrmals zerfickt, ne? Ich kann erst mal in der Woche nicht mal scheißen. So, nach deinem Scheiß da eben, Alter. Wir brauchen mal Platz, ne? Wir müssen noch eine Wiese brauchen, auf jeden Fall, glaube ich. Am Arsch, was war das? Ich bin irgendwo gegengefallen. Ich bin da gegen die Dings gefahren, gegen die Flagge. Was ist das, Alter? Killed bei Falete. Da steppt einer, oder? Haben sie. Ja. What the fuck? Boah, wissen die denn, dass da unsere Base ist, oder irgendwas? Ich höre da aus. War aber keine von denen, oder? Ne. Äh, ich respawne jetzt. Bleib du mal drinnen. What the fuck? Ja, unsere Base ist alles weg jetzt, ne? Immer wieder von vorne anfangen. Ich kann den... Sirta muss nicht spawnen, ne? Ja. Ja, aber solche liegen dann? Ne, Laka, Laka sind die, ne? Gibt doch noch... Ja, gibt noch Zaros. Zaros ist am nächsten, glaube ich. Vorne Zaros. Du musst liegen bleiben, um zu wissen, ob da einer jetzt bei uns in der Base ist. Nies. Ist eine Mine da hingelegt, oder was? Die 4, wahrscheinlich. Aber mir schaut nämlich aus von Woodland, wenn man guckt